Wie geil ist das denn? So, grüß euch Leute. Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Ich bin hier zu Besuch oder auch zum Arbeiten beim Finale der virtuellen Bundesliga von EA Sports. Es wird der Meister der virtuellen Bundesliga gesucht. Wir übertragen das im Livestream, Freitag ab 20 Uhr, Samstagvormittag ab 11 Uhr und sind in Hamburg aus aktuellem Anlass. Und damit kommen wir zum Tippspiel, zum letzten Mal, bevor es ans Grillen geht. Anfang August, da habe ich übrigens noch ein paar fantastische Dinge vorbereitet. Verrate ich aber an dieser Stelle nicht, weil es ja dann keine Überraschung mehr wäre. Zu den Tipps, wir machen das heute mal anders. Ich widme mich nur dem Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Den Rest guckt da bitte auf der Tippspielseite nach, was ich in den anderen Spielen so vermute. Aber wir gehen in Richtung Kampf um den Klassenerhalt, wie gesagt. Also, spielt ja noch eine kleine Rolle. Hoffenheim gegen Hertha 1-0. Hannover gegen Freiburg 1-1. Der HSV, um mich hier ein bisschen liebkind zu machen, gewinnt 1-0 gegen Schalke 04. Und Paderborn verliert, glaube ich, 1-2 gegen den VfB Stuttgart. Und dann bin ich nie mehr liebkind in Hamburg, weil nach meinen Berechnungen gehen dann Paderborn und der HSV direkt runter. Ich glaube, Hannover müsste in dem Fall in die Relegation. Und die anderen werden gerettet. Alle anderen. Auch die Bayern. Ja, wenn es so kommt, schicken die mich morgen schon nach Hause. Weg hier aus Hamburg. Wir werden es sehen. Wie gesagt, das war der letzte Tipp in unserem Tippspiel zur Fußball-Bundesliga. Und dann geht die Post ab. Anfang August. Leco mio. Und jetzt gucke ich mal, wer hier was kann. An der Konsole und so weiter. Tschüss. Herrlich. Bis zum nächsten Mal. หน price. Musik 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 Vielen Dank.